Ich kann schnell fragen, wie das so geht bei Vincent Pablon. Macht Spass zum Zuschauen, herzlichen Dank von unserer Stelle aus. Wie habt ihr zuerst den Drittel gesehen? Ja, ich glaube, der Zug war sicher ein bisschen besser als wir am Anfang. Wir sind gerade ein bisschen befahren worden. Nach einem 1.0 sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben wir auch ein paar Chancen gehabt, aber da muss ich ein bisschen mehr von unserer Seite kommen. Hat ihr das nicht angenommen, dass der Zug etwa so wird in Spiel 2? Doch, natürlich. Ich habe schon gewusst, dass sie da binnen zu Hause ein bisschen mehr laufen würden. Gefährlicher sind. Wir konnten uns schon gut gegenhalten, aber es hatten trotzdem viele Chancen. Darum müssen wir ein bisschen mehr mit dem Böck spielen und ein bisschen mehr ZB im Drittel verbringen. Was habt ihr euch vorgenommen vor dem ersten Drittel? Was hat in der Umsetzung funktioniert, was nicht? Ja, ich glaube, der Defensive ist schon okay gewesen. Wir wollten ein bisschen mehr Schiebenbescheid haben. Und wie gesagt, es war doch schneller als wir. Und wir haben Zweikämpfe gewonnen, vor allem die ersten 10 Minuten. Die letzten 5 Minuten waren es ein bisschen besser. Aber wir können es noch ein bisschen schieben drauflegen. Lernen wir springen. Herzlichen Dank, Manso und Peplon. Merci. Wir gönnen ihm schnell die Pause.